Moin moin und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon wieder fast die Elder Scrolls sagen, aber wir sind hier schließlich bei The Forest und ich habe vor heute mit der Kettensäge nochmal ein bisschen Spaß zu haben. Leider diese Nacht haben wir nicht gepennt, aber ist ja nicht so wichtig. Noch dazu machen wir jetzt nochmal Kassette 1 nochmal rein und fahren dann direkt da rüber. Stöcke brauchen wir auch nur noch 60, auch geil. Vor allem jetzt mit diesem neuen Beutel, mit der neuen Tasche, haben wir auch jede Menge Platz dafür. So, 247 Baumstämme. Das ist 5 mal hin und her fahren insgesamt, ach du Scheiße. Und wir sind ja oben noch nicht mal fertig mit dem Bauplan, wie das genau dann gebaut werden soll. Ah, da sind wieder die Ureinwohner. Wollen wir uns wieder besuchen. Stimmt, 4 Baumstämme haben wir auch noch da, so. Und wir sind ja oben. So, wir nehmen aber erstmal den. Auf jeden Fall, dass die Urinwohner direkt auf uns zukommen. Und wir haben wieder die Steine vergessen abzulegen. So, wir reißen das da gleich alles ab. All die Baumstämme da vorne. Obwohl, ich würde sagen, zuerst holen wir uns die Stickys. So, das war's nochmal mit der Musik. Der war nichts. So. Oh, hier lag noch einer. Wo kommt der denn auf einmal her? Oh, tschüss Bambi. So. Ja. Ja. So, dann noch den hier. Dann gehen wir jetzt wieder auf die Axt, wegen den Stickys und zwei noch. So. Oh, hallo Freunde. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist mit denen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich denen auch nichts. Ihr könnt gehen. Ihr müsst nicht gegen mich kämpfen. Ihr könnt einfach gehen. Ihr könnt nach Hause. Ihr könnt ruhig weiterleben. Geht einfach. Das fällt mir gar nicht. Du darfst gehen. Ich lass dich leben. Da kommt der schon wieder. Yeah. Kommt. Ich will euch nix. Ich will euch nix. Kommt. Haut ab. Kommt. 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 Ich seh dir nicht, wie du hier so angeschlichen kommst. Geht die Sonne schon runter? Never waste this. Ich hoffe, ich habe genug Money dafür. Oh. Scheiße. Daneben geschossen. Dann habe ich mir zuerst dich. Und dann dich. Hä? Oh, Digga. Ja. Okay. Der haut ab. Und wo ist der Kollege? Da ist der. Den Ambrustbolzen nehme ich wieder. Wie kann man Ambrustbolzen herstellen? Jetzt nur die Frage. Oh, kein Stein. Kann ich nicht mehr tragen? Ah, ist gut, dass wir das jetzt voll haben. So. Ah, dann kann ich nicht mehr tragen. Kann ich Stickys hier auch schon mal. Alles ablegen. So. Und eben auch noch was trinken. Komm schon. Geht auch ein bisschen schneller, oder? Da. 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 habe ich schon voll ja okay na in dem fall hoffe die werten kollegen nachbarn hier kommen dann nicht noch mal jetzt zu besuch welche jede menge holz habe die ich noch überbringen will ja 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 Ja, komm. Sagt hier noch was? Ja. Hier liegen noch einige Baumstimme. Hallo Bambi. Oh, da hinten kommen wieder welche. Und schon wieder Hunger. Da haben wir noch einen. Zwei. Das ist ein Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen. Hallo. Hallo. wie noch fleisch auf tasche haben wir uns eben mal eine schildkröte und snacken uns die halt so snacken wir uns die komplett ist fertig so wie viele baumstämme fehlen uns noch also 7 14 6 also 20 baumstämme noch und 20 sticks ist jetzt nicht ob ich jetzt im dunkeln noch dahin gehen soll noch ein paar baumstämme hier spitzen snacken oder ob ich mit denen was ich jetzt habe komme ich gehe mit dem was ich habe schon mal rüber und bau die irgendwo hin dann können wir am nächsten morgen direkt weiter hier das ganze holz stibitzen und schnappen das war jetzt nicht so viel wie ich gedacht hatte erhofft hatte aber naja nach dass jetzt auch schon zur helft um kann es sein dass es immer schneller wird mit dem tag nacht wechsel so umso länger man überlebt dass die tage und nächte immer kürzer werden dann sind sie wieder so ein brandstifter mit bei dann hat er feuer wirft das ist nichts gutes das ist nachbarn ich glaube von da aus können die mich nicht treffen ich glaube von da aus und dann packen wir mal so aber gehen wir mal wieder da drauf packen die hier ein nekomm nekomm immer bleibe ich hängen nehmen wir den hier auch noch den komplett noch leer komm das ist hier und ab nach oben wenn wir jetzt eben die steine auch noch ablegen da könnte keine mehr also dahin ja komm durch ja jetzt haben wir gar keine stecker mehr so jetzt sich noch nice knochen können wir auch schon mal keine knochen mehr jetzt jetzt komm wenn wir hier eigentlich auch schon mal planen ja auch so ein geländer zu machen so bei es bauen da jeder hatte ein bisschen schwierigkeiten machen wir so und dann noch bis hier hin und dann geht es hier dann machen wir hier genau dasselbe auch noch mal haben wir von hier an und dann machen wir bis sagen wir bis hier hin hallo bis hier hin so brauchen wir wieder 104 aber ja passt schon passt schon brauchen wir wieder was zu essen haben wir hunger natürlich dann bin ich am überlegen vielleicht dort auch noch mal was zu machen wir haben auch wieder durst was denn auch sonst mit hunger kommt auch der durst die sonne geht auch schon wieder hoch geht auch ganz schön schnell die tage und nächte momentan zu ende oder gibt es hier sowas wie jahreszeiten wechseln wäre auch interessant zu wissen okay 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 So, letzte Beiden. Dann muss ich wieder runter gleich. Ja, komm. Die Dinger, die Dingschuhe habe ich noch an, oder? Dann können wir unten eben auch noch was schnell trinken. So, sonst ist hier alles leer. So, gut. Zoom. Ja, komm. Ja. So, ein Baumstamm. Wegen einem Baumstamm dürfen wir gleich nochmal runter. Den nehmen wir so mit. In der Hoffnung, dass der nicht runterfällt. Ja, genau. So. So. Wie viele Batterien haben wir noch eigentlich? Acht. Ja, da müssen wir auch sehr, sehr sparsam werden. Dann zur Weihnachtsfolge habe ich das schon ordentlich verbraucht, finde ich. Also oft genutzt. Dann haben wir es gleich. Ja, komm. So. Also elf Baumstämme meine ich. Ja, okay. Wir haben nur noch sieben. Dann können wir, was Baumstämme angeht, uns nur noch auf oben konzentrieren. Ja, jetzt sind wir aus der Puste. So. Aber ich glaube, sobald wir umziehen, fange ich auch an, glaube ich, längere Folgen zu machen. Weil wir sind auch schon mit der Story fast durch. Glaube ich zumindest. Es sind ja nicht mehr viele Folgen, die wir, beziehungsweise nicht mehr viele Sachen, die wir finden müssen. Noch die, ist ja nur noch diese eine passende Karte für das Schiff. Und, äh, die restlichen Teile von der Steinschlosspistole. Und halt die letzte Höhle, die wir brauchen. Und da ich ja auch sehr stark mit dem Bauen übertreibe und ich da hinten diese Festung haben will. Beziehungsweise die Stadt, so die, äh, quasi in Bezirke unterteilt ist, auch mit Mauern und so weiter. So, äh, hier, äh, die Festung, dann, äh, Arsenalbezirk, Hafenbezirk, äh, Bürgerbezirk, Armenviertel, Händlerviertel und so weiter. So ein richtiges kleines Dorf, das auch jedes Beziehung mit Mauern unterteilt ist und so. Hm. Würde ich dann wahrscheinlich die Baufolgen länger machen demnächst. So, dass ihr dann, nur wenn es ums Bauen geht, so ungefähr eine Stunde Folgen habt, statt, äh, jede Folge 30 Minuten. Es ist nur eine Überlegung, es ist noch kein Versprechen. Aber so in der Richtung hatte ich mir das schon überlegt, weil, guck mal, wir sind schon bei über 100 Folgen. Und haben das hier jetzt auch noch schon gemacht. Und, ja. Also. Ja. Egal. Egal. Auf jeden Fall, ich würde sagen, dass wir jetzt, äh, dass ich jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen mache. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Und, ja. Ich bin's, euer Max Theos und Ciao. Ciao. Und, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020